Was ist Plum? Plum versorgt dein gesamtes Zuhause mit Wi-Fi. Die Pots werden direkt an einer Steckdose angeschlossen und ermöglichen eine einwandfreie Internetverbindung im ganzen Haus, bei voller Geschwindigkeit und ganz ohne Kabelsalat. Plum beschleunigt nicht nur dein Wi-Fi, sondern passt sich intelligent an deine Umgebung an. Es erkennt die Anzahl und Art der verbundenen Geräte und optimiert so dein Wi-Fi rund um die Uhr. Wie installiert man es? Du benötigst in deinem Zuhause eine aktive Internetverbindung und ein funktionierendes Modem. Nun kannst du deine Pots mit der Plum-App in wenigen Minuten installieren. Erstelle mit der App dein Plum-Konto und verbinde deinen Plum-Super-Pot mit dem Modem. Sobald Plum ein Signal sendet, kannst du zusätzliche Pots in deinem Zuhause verteilen. Beachte dabei einige Punkte. Am besten platzierst du die Pots an den Wänden in der Mitte des Hauses, nicht an den Außenwänden. Ein Super-Pot deckt bis zu 70 Quadratmeter ab. Achte auf Störfaktoren wie Metallgegenstände, Spiegel und Glas. Diese Elemente können dein Wi-Fi-Signal beeinträchtigen. Das war's auch schon. Plum ist nun einsatzbereit. Deine Plum-Mitgliedschaft stellt sicher, dass dein Netzwerk immer die bestmögliche Leistung erbringt. Plum hält dein Netzwerk auf dem neuesten Stand und optimiert es stetig. Dir stehen zudem weitere Services wie Kinder- und Jugendschutz, Schutz der verbundenen Geräte vor Hackern und sichere Gastzugänge zur Verfügung. Außerdem profitierst du von einem hervorragenden Kundenservice. Plum. Sorgenfreies Wi-Fi für dein Zuhause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017